Zeit habe und jetzt ich stehe mich nicht gleich zu stressen war sowas von klar dass hier eine Zeit abläuft so jetzt sagt mir bloß wo dieser Scheißladen ist super noch viel besser ganz drüben als ob ich da jemals rechtzeitig hinkommen könnte naja hoffen wir sowas hasse ich auf Zeit wollen wir mal hoffen nochmal Karte heben wollen wir mal hoffen dass wir uns nicht verfahren und alles ordnlos wie es läuft ups wieder aus dem Sputt gemacht schuld schuld durch die ganze Stadt ja du voll lauf einfach auf die Straße ohne zu gucken das ist selber schuld wenn er stirbt ne geht gar nicht so was ich bin das hat dazu gepasst aber es sieht so aus als ob ich das locker stopp Moment, muss ich noch durch die Brücke oder muss ich hier schon abbiegen? Ich muss hier schon abbiegen. Jetzt nochmal links und dann bin ich auch schon da. Auftrag erledigt. Wir treten jetzt das Restaurant durch die Hintertür. Verzielt euch alle. Was für ein Alarm ey, Alarm in so einer Bude. Jetzt sagt noch keiner, dass hier so Leute versteckt sind vorher. Dürfte ich bitte Ihre Toilette benutzen? Raus hier, verdammt! Benutze ich die einfach so. Sie werden kooperieren, mein Freund. Kapisch? Da mache ich nicht mit. Sie werden kooperieren, mein Freund. Kapisch? Such dir einen anderen. Deine Visage passt mir nicht. Aha. Sie werden kooperieren, mein Freund. Kapisch? Such dir einen anderen. Deine Visage passt mir nicht. Ach, ist immer noch frech. Stopp! Stopp! Sie werden kooperieren, mein Freund. Er sagt immer, dass er nicht. Tun Sie, was Sie tun müssen. Na endlich. Jetzt verpiss dich auf eine Toilette ey. So, was ist hier jetzt? Wollen wir euch mit dem jetzt auch nochmal reden? Ah, Sie sind... Gut, mit dem muss ich jetzt gar nicht reden. So, einmal auf Toilette. Auftrag erledigt. Was ich brauche. Was das Wichtigste ist für mich, ist so etwas wie eine Garantie. Kein Anschlag mehr auf meines Vaters Leben. Welche Garantie kann ich dir bieten, Mike? Ich bin doch der Gejagte. Ich habe mir meine Chance vermasselt. Du überschätzt mich, mein Junge. Ich habe nicht diese Macht. Alles, was ich möchte, ist Waffenruhe. Ich muss mal austreten. Darf ich das? Dann geh austreten, wenn du musst. Ich habe ihn gefehlst. Er ist sauber. Bleib nicht so lange. Saubere Schuss. Saubere Schuss. Laufen Sie zum Michaels Auto. What the fuck? Woher wissen die, da ich zu denen gehöre? Spastis, ey. Boah. Das läuft der Weiß, der Idiote. Ja, super. Ja, ihr Bastarde. Kommt nur... Du verpister Hurensohn. Boah. Wo muss ich hin? Karte. Ja, super. Biegen wir da oben links. Fahren die ganze Zeit gerade. Alles ist halt am Rassen. Oh, du Scheiß-Taxi, ey. Ja, Entschuldigung, dass es leider nicht schneller geht. Die Schrottkiste, die du ausgesucht hast, fährt nicht schneller. Ja, mach sie fertig. Und hör auf, dass das Auto bei uns explodiert. Das ist aber echt so ein Vollidiot. Oh, kann die Straße erstmal zu Ende sein? Ich hab keinen Bock mehr. Ja, mach ich sobald ich diese verpisten Autos hier nicht vor mir hab. Boah, ticke ich gleich aus. Jetzt baller die Dreckssäcke ab. Geht doch, Junge. Du machst ja doch mal was vernünftig. Ja, super. Diese Mongo mussten auch in mein Auto laufen, weil... Ja, klar. Ich baller sie einfach ab, dass ich meine Ruhe habe. Ich wollte eigentlich gerne... So ist das schön. So, ich schießt Müll dran da. Ja, toll. Unser Auto brennt. Fahren, fahren, fahren ist der Plan. Schnell, im Hafen wartet dein Schiff auf dich. Schnell, im Hafen wartet dein Schiff auf dich. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Schnell, im Hafen wartet dein Schiff auf dich. Schnell muss ja immer alles gehen. Boah, du bescheuertes Taxi, ey. Was fährt da rechts drüber? Da war überhaupt gar keine Straße. Was fährt da rechts drüber? Schnell. Boah, wenn ich mich bald auffalle abdrehe. Es ist nicht möglich. Schau, die Kerstin ist, wir werden ausschauen. Oh, ganz ehrlich, ey. Ich will mich nicht aufregen, aber... Was kann man da anderes machen?